Jo Leute, Portal-mäßig und meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Portal. In diesem Part habe ich Musik unter die Tonspur gelegt, aus dem Grund, weil ich das besser fand und nicht nur, dass ihr halt nicht nur die ganze Zeit Umgebung hört, dann kurz diese Roboter-Stimme und die Portal und das war's halt und mich, sondern dass ihr auch ein bisschen Musik im Hintergrund habt. Ansonsten bewertet den Part und viel Spaß jetzt. Gut, fahren wir weiter, würde ich sagen. Übrigens ist das Let's Play wahrscheinlich so geschnitten immer. Also ich sage am Anfang des Parts nicht guten Tag, sondern sowas geschnittenes wird da vorgestellt. Gut. Wir sind in Test 8 von 19. Und dann wird zu dem Vermerk unzureichend auf ihrem Testbogen befreitert von ihrem Tod. Viel Glück. Okay, ich habe es Zerstört Das war die falsche Sache Okay Machen wir das Ganze nochmal Zack Okay Komm Leute Ja Ja Gut Lange hat es gedauert Aber jetzt hat es geklappt Nur wir müssen erstmal drüber Und jetzt müssen wir Dort Aber wir müssen rechnen Dann Sind wir schon beim nächsten Teil Und ich würde sagen Wir fahren rüber Okay Das Wasser ist jetzt nicht gerade Bestes Wasser Beachten Sie Dass der Anschein Einer Gefahr Nur dazu dient Ihr Testerlebnis Zu verstärken Okay Aber Leute Das Was Okay Oh Oh Da wurde was geschafft Ja Ich habe halt ein bisschen Gemacht So Aber keine Sorge Leute Keine Sorge Aber so Okay Okay Good Gut. Oh, okay. Gut. Let's go. Und damit sind wir auch schon beim Ende des Tests. Okay. Mal sehen, was der nächste Test so mit sich schleppt. Was? Nice. Nice. Perfekt. Ich glaube, das würde Sinn machen. Schieß. Perfekt. Okay, jetzt sind wir hier. Perfekt. Nur noch warten. Perfekt. Perfekt. Wir haben die nächste Portalgang. Zumindest haben wir hier noch ne Portalgang. Ja, cool. Scheiße. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das Ding am Ende ist und dann kommen wir rein. Zack. Fertig. Gut. Test zwölf. Und neunzehn. Ja. Bereit. Machen zum Hausschleuder. Und mit hinaus in den Haufen. Der Moment. Und mit raus. Der Moment. Then wir fangen an! Es geht an! Bei dir, deine zerstört! Bingo. Dann einfach hier runter. Zack. Okay. Ist halt ein kaputter Roboter. Irgendwie. Gut, hier ist... Geben Sie ruhig um. Ein Innovationsmitarbeiter. Werden Sie jetzt mal in der Geh-Rund hat... Pfff. Okay. Alles klar. Es macht ja gar keinen Sinn. Der zweite Cubus ist hier in Lungs. Und den kann man nicht hochieren. Ach so. Zack. Schon sind wir in dem Raum. Gut. 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 Okay, das war jetzt nicht so geplant. Perfekt. Irgendwie. Und damit sind wir durch. Was wollen die von uns? Was wollen die von uns? Wir sehen uns. Tschau! Was wollen die von uns? Was wollen die von uns?